Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Lass gern Dein Like, Kommentar und auch Abo da! Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los! So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für Dich bereithält und es geht los mit Engel der göttlichen Fürbitte. Ich bete heute für Dich. Ja, es geht auch darum, heute Deinen Wünschen nahe zu kommen. Man sieht es hier ganz klar. Was bringst Du nochmal in die Festigung? Was geht in Deiner emotionalen derzeit vor? Wo bist Du in Deinem persönlichen Bereich zufrieden? Wo fehlt Dir noch so ein bisschen die Freiheit? Also wo fühlst Du Dich belastet? Ja, wo fehlt Dir so ein bisschen die Sicherheit? Das ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema für Dich, das Thema Sicherheit. Was gibt Dir Sicherheit? Wo ist die finanzielle Sicherheit auch gegeben? Und da musst Du für Dich einen Weg finden, der natürlich aufzeigt, dass Du hier die Fülle auch annehmen kannst. Ja, denn nur davon träumen, aber positive Gesten, vielleicht auch kleine Geschenke nicht anzunehmen, das ist dann Thema, dass Du auch die Fülle von Dir blockierst. Heute geht es aber darum, Dir zur Energie so ein bisschen unterstützende Wirkung zu geben, dass Du wirklich auch Geschenke des Lebens annehmen lernst, dass Du für Dich auch die Klarheit findest, Deine Wünsche und Deine Gedanken klarer zu formulieren. Und der Engel der göttlichen Fürbitte zeigt natürlich heute auch, dass Du für Dich in eine Art Neugenerierungsprozess gehen kannst, weil Du jetzt eine himmlische Unterstützung hast, die Dir von dort aus auch schon den Segen gibt. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Großes und etwas ganz Schönes. Fülle ist das Resultat. Und die Fülle sieht man, weil es gehen Lasten und es kommen Positivitäten auf Dich zu. Die Lasten gehen im Bereich des Emotionalen Feldes, was sehr, sehr Schönes für Dich. Wir haben nämlich hier die Emotionen, die ihre Klarheit bringt, die den Abschluss findet und somit auch in Sicherheit badet, wenn Du es so nennen möchtest. Es geht hier aber auch in die gegebene Balance, die Balance im Leben für Deine Emotionen. Gerade deswegen wird dieses Thema auch gut geklärt werden jetzt. Es ist aber auch so ein Thema des Schicksals, die Fülle, dass Du für Dich erkennst und Dir auch die Wertschätzung gibst, was Fülle Dir mitgeben möchte im Leben. Also wie äußert sich Fülle für Dich? Was zeigt Dir Fülle in Deinem Leben auf? Und wie kannst Du sie noch persönlicher gestalten? So ein bisschen auch. Und dann kommt noch der dritte Faktor, eben die Sicherheit, was brauchst Du, um bei Dir sicher zu sein? Welche Fülle muss ich da heute zeigen? Und das ist eben die emotionale und auch die finanzielle Fülle, dass Du siehst, hier ist für Dich gesorgt und dass hier auch diese Gebete vom Engel der Fürbitte erhört wird oder erhört werden, damit Du Deine Sorgen und Lasten ablegen kannst. Der Engel der Transformation übergibt die Schwere und die Veränderung wird kommen. Und da hast Du auch schon die Resonanz sofort wieder, wenn die Fülle kommt und Du Dein sicheres Gefühl bekommst für Dein Leben, wenn Du weißt, es ist gesorgt, wenn Du weißt, Du bist nicht im Mangel, Du bist nicht in der Thematik von Launigkeit und Trotz und vielleicht auch Neid, dass Du siehst, dass sich alles zum Positiven verändert, dass Du merkst, Du gehst jetzt mit dem Fluss des Lebens weiter, nimmst Du das Geschenk des Himmels an und sagst, ja, ich habe das verdient. Also die Wertschätzung zu Dir selbst ist so groß gewachsen, dass Du gar nicht anders kannst, als so mit Dir in die Vollendung zu gehen. Und die Vollendung nicht in Form von der höchsten Selbstliebe, sondern mit dem ersten Schritt Deiner Liebe zu Dir. Und die Transformation beginnt ja erst. Oder sie ist jetzt frisch am Laufen, weil es sind noch sehr viele Altlasten da, die jetzt aber mit Sicherheit gehen werden. Und dieses Gehen, Gehen lassen auch, gibt Deinem emotionalen Feld eine große Fülle wieder zurück, nämlich die der Resilenz. Und das ist sehr, sehr schön. Der Geist der Dankbarkeit. Es ist ein Tag des Wunders für Dich. Also anders kann man das nicht beschreiben. Der Geist der Dankbarkeit gibt Dir so viel mit, weil er Dir aufzeigt. Und das ist so wichtig, dass dieses Annehmen, dass Du das verdient hast. Alles, was Du verdienst, dafür hast Du auch schon was gegeben. Also der postwendende Faktor des karmischen Gesetzes. Hier wirst Du aber auch spüren, wie alles in Dir hochkommt und Du jetzt auch verstehst, warum Menschen so herzlich zu Dir sind. Weil sie Dankbarkeit empfinden. Und Du hast heute diesen Geist der Dankbarkeit und verstehst auch, warum man nett zu Dir ist, warum man Dir helfen möchte, warum man Dir Geschenke macht. Weil diese Dankbarkeit, die Du heute in Dir fühlst, warum Menschen Dir was geben, oder zurückgeben wollen, diese Dankbarkeit oder besser gesagt der Geist dieser Dankbarkeit, der schwebt in Deinem Resonanzfeld und in Deinem Umfeld allgemein. Weil Du gibst, also darfst Du auch empfangen. Das schließt den Kreis und bringt Dich nicht nur in Deine emotionale Fülle, sondern auch in Deine seelische Fülle und in Deine Fülle der Zukunft. Und das ist natürlich mehr als nur gut. Der Engel der Geschenke. Es kann heute nicht besser laufen. Das größte Geschenk bist Du! Und das stimmt. Denn ohne Dich wäre das Video hier wahrscheinlich gar nicht so groß, wie Ihr es immer macht. Also für jeden Einzelnen da draußen vielen Dank für jeden Like, für jedes Kommentar, für jedes Abo und auch natürlich für jede Resonanz, egal ob gut oder schlecht. Vielen Dank dafür erstmal. Das ist für mich auch ein Geschenk. Für mich ist auch ein Geschenk, wenn ich für Dich die Karten legen darf. Also schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Oder wenn ich Dich zum Personal Coaching führen darf. Auch das auf meiner Webseite. Aber die Geschenke werden ja auch Dir heute gegeben. Deswegen gebe ich heute auf jedes Coaching bei mir einfach 50%. Vielleicht soll ich es einfach tun. Denn diese Führung hier in diese Transformation ist einfach nicht zu toppen. Die Geschenke zeigen Dir auch, dass Du jetzt bereit bist. Du bist jetzt bereit, nicht nur anzunehmen, sondern auch den Wert des Geschenkes zu erkennen. Denn ein Geschenk ist nicht immer nur ein Geschenk. Und ein Geschenk ist auch keine Bestechung, sondern der Engel der Geschenke. Das bist Du. Du bist Dein größtes Geschenk, weil Du für Dich und Dein Leben entscheiden kannst. Und es gibt keine Entscheidung in Deinem Leben, die Du nicht besser fällen kannst als Du selbst. Und das bringt Dich in Deine seelische Vollendung heute. Diese Größe, diese Würde, diese Wertschätzung, diese Leidenschaft für Dich selbst, die wird heute entfachen. Und deswegen hast Du auch Bock auf Veränderung. Der Ruf der Muse, den haben wir jetzt nochmal dabei. Und das ist gut, weil der Ruf der Muse sagt, was führt mich, was, ja, was gibt mir die Muse, was Neues zu machen in der Transformation? Wo möchte ich nicht alleine sein? Wo stehe ich noch ein bisschen alleine? Wo fehlt mir Kreativität? Wo bin ich zu festgefahren? Der Ruf der Muse gibt Dir die Antwort darauf. Entweder ist es ein Mensch, es ist ein Ortswechsel. Es kann aber auch nur der Wechsel Deines eigenen Bewusstseins sein. Ganz egal, was es ist, der Ruf der Muse gibt Dir die Energie, dass Du es für Dich erkennen wirst. Und das liegt hier auch wieder in der Emotionalen, in der Balance der Emotionalen und gibt Dir Deine Sicherheit in Dein Feld der Fülle, welche Dir so wichtig ist, damit Du verstehst, worum es Dir geht. Damit Du verstehst, was für Dich jetzt emotional geklärt wurde und wo Du Dich jetzt selbst kennenlernen darfst und in welchen Situationen Du Dich führen lassen darfst. Ich würde mich freuen, wenn ich Deine Führung wäre. Auf jeden Fall nochmal danke, dass Du ein Geschenk für mein Orakel bist.